Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im heutigen Video zeige ich dir mal alle Schritte, die dazu gehören, um so einen schönen Kugelschreiber herzustellen. Ich zeige dir, wie du sowas herstellen kannst, werde dir später aber noch ein paar andere Varianten zeigen und werde dir am Schluss noch zeigen, wie du die ein bisschen veredeln kannst. Aber grundsätzlich zeige ich dir hier mal so mit die simpelste Variante, wie du Kugelschreiber herstellen kannst. Es macht ziemlich viel Spaß, es ist ziemlich entspannt, gerade wenn du noch ein bisschen Musik dabei hörst. Und ich zeige euch, wie es geht, damit ihr es zu Hause auch das nächste Mal ganz einfach anwenden könnt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video, schreib mir gerne mal in die Kommentare, ob du dir schon einen Stift gedrechselt hast. Und ansonsten sage ich jetzt, Alter, ich wiederhole mich immer, viel Spaß beim Video und jetzt sage ich euch viel Spaß beim Video. Ja, viel Spaß beim Video. Und als erstes holen wir mal die Sachen raus, die hier in diesem Paket drin sind. Hier ist alles drin, was ihr an Bausatzmaterial braucht, um den später auch zusammenbauen zu können. Auf die einzelnen Teile gehen wir später genauer ein. Als erstes brauchen wir hier diese Hülpen. Die werden wir später einkleben und damit die besser halten, schleift ihr die am besten vorher so ein bisschen, damit die Oberfläche rau ist und nicht mehr so glatt ist, dann hat der Kleber mehr Fläche, damit erhaften kann. Ihr könnt euch hier ein Stück Schleifpapier holen und das von Hand machen. Das geht auch. Aber ich zeige dir die etwas elegantere Methode, wie es auch ein bisschen schneller geht und es ein bisschen mehr Spaß macht in meinen Augen. Mit meiner MK2-Aufnahme mache ich jetzt hier diesen Mitnehmer. Ich muss mir mal ein bisschen Platz machen hier. Dann hole ich mir meinen Reitstock bei. Und danach schalte ich die Maschine ein und lasse die auch relativ flott laufen und lasse die jetzt die ganze Zeit durchlaufen. Als nächstes hole ich mir hier so ein Röhrchen, beispielsweise Hülse. Und jetzt dreht sie sich auch schon mit. Das geht sehr leicht und die kann man auch noch anhalten. Und jetzt können wir das einfach kurz schleifen. Ich hole so dann auch immer direkt den Staub ein bisschen runter. Jetzt können wir den Nächsten drauf machen und den auch schleifen. Ich habe jetzt alle Hülsen geschliffen und ihr seht es wahrscheinlich nicht. Ich habe mehrere Hülsen hier drin, als ich eigentlich brauche. Das ist auch so ein grundsätzliches Ding. Das würde ich eigentlich allen empfehlen, die Stifte drechseln. Wenn ihr euch einen Bausatz holt oder euch fünfmal einen Bausatz holt, ist ja eigentlich egal. Würde ich eigentlich immer empfehlen, so ein paar Ersatzhülsen mitzuholen. Denn das Problem ist einfach, wenn ihr Stifte drechselt und geht einmal zu forscht ins Material ran, kann es passieren, dass es Holz abreißt und ihr dann keine Hülsen mehr habt und den Stift nicht fertig machen könnt. Die Hülsen sind wie gesagt relativ günstig. Wenn ihr die einfach nur geholt habt, könnt ihr euch dann ein neues Stück Holz holen, klebt die ein und könnt den Bausatz trotzdem fertig machen. Nur mal so am Rande. Kann jeder machen, wie er will. Aber auch ich habe jetzt, die die ich jetzt herstelle, direkt ein paar Ersatzhülsen gemacht, weil es halt eben passieren kann. Das mal einmal ein bisschen zu forscht ist. Jetzt müssen wir natürlich auch noch Holz haben. Und ich benutze dafür die vorgeschnittenen Pappenblanks. Da müsst ihr die einfach nur noch ablenken. Und ihr habt hier direkt sehr außergewöhnliches Holz. Ich benutze in diesem Fall für meine drei Stifte, die ich herstelle. Ach, das ist die Falschvorrichtung. Was soll ich sagen? Übrigens, ich benutze jetzt hier so eine Vorrichtung und davon gibt es jeweils ein Video. Ich werde mal schauen, dass ich eine Playlist fertig mache mit allen Kugelschreibern schreiberrelevanten Videos. Dann könnt ihr euch da die einzelnen Videos zu anschauen und ich verringt dann einfach nur noch die Playlist. Ihr könnt das natürlich auch in der Tischkreissäge zuschneiden. Aber da ist es mit so kleinen Teilen immer ziemlich gefährlich. Denn wenn ihr dann mit der Spitze ans Sägeblatt kommt, fliegt so ein kleines Teil sehr schnell mal gerne weg. Das war es auch schon und jetzt kann ich die Teile zuschneiden. Jetzt können wir auch schon Löcher bohren. Das Schöne an dem Bausatz ist übrigens, dass ihr dafür keine Spezialbohrer braucht. Bei manchen Stiftebausätzen ist das nämlich so. Aber hier braucht ihr einfach einen 7mm Bohrer. 7mm. Ich habe hier nicht so viel Hub mit meiner Tischbohrmaschine, deswegen muss ich da den Tisch ganz genau einstellen, damit ich auch durchkomme. Und dafür habe ich übrigens auch eine kleine Vorrichtung gemacht, damit ihr die Löcherschnellung einfach bohren könnt. Findet ihr übrigens auch auf meinem Kanal bzw. in der Playlist. Ich hole mir jetzt hier einfach ein Teil, spanne das ein. That's a bit too much. That's still too much. Ich kann es jetzt einspannen, muss kurz schauen, dass ich auch ganz durchkomme. Und danach mittig ich das ungefähr mit dem Auge aus und kann dann bohren. Was enorm wichtig ist, bohrt so langsam, wie es nur geht. Ihr seht nämlich hier, dass das alles richtig heiß wird und der Penblank, der qualmt auch teilweise, weil der Bohrer so heiß wird. Und ihr seht auch hier den Bohrer. Der ist immer komplett voll. Es kann sein, dass ich nicht die besten Bohrer habe, aber ich habe auch definitiv nicht die schlechtesten da drin. Das soll ich einfach nur zeigen, bohrt hier langsam, das sind richtig harte Hölzer. Nicht, dass ihr euch hier irgendwas kaputt macht. Und vor allen Dingen, wenn ihr zu viel Gas gebt, kann es halt auch sein, dass hier dieser Penblank aufgrund der Hitze halt platzt. Das wäre halt sehr schade ums Holz. Als nächstes müssen wir die Teile einfach nur noch einkleben. Und da sind ein paar Sachen vielleicht ganz wichtig. Sogar ich, derjenige, der fast nie Handschuhe trägt, würde euch in dem Fall empfehlen, zieht Handschuhe an. Denn, wenn ihr zu lange mit solchen Scheiß immer rund macht, das bedeutet immer Harz auf den Fingern habt, immer, also Epoxy und und und, dieses ganze dumme Zeug, dann kann es halt irgendwann passieren, dass sie allergisch drauf reagiert und das ist halt scheiße. Und vor allen Dingen ist es halt mit Sekundenkleber so, es ist einfach kacke, wenn ihr ganzen Hände voll mit Sekundenkleber habt. Denn das wird sehr wahrscheinlich passieren, wenn ihr das hier ohne Handschuhe tut. Also, zieht ein bisschen einfach Handschuhe an. Jetzt kommen wir zum Kleber. Ich benutze relativ, also relativ normalen Kleber. Ich benutze normalen Sekundenkleber, habe in der Vergangenheit aber auch schon solchen 2K Epoxy benutzt. Hier solchen, der hat den Vorteil, dass der sich vorne in der Spitze direkt vermischt. Ihr müsst es nur noch auf die Hülse drücken und alles schön. Aber hier so eine Dose kostet, glaube ich, 12, 13, 14 Euro. Und das ist dann schon ein bisschen blöde, wenn man da ein paar für braucht. Außerdem gibt es noch 2K Epoxy, der in solchen getrennten Flaschen ist. Der ist auch nicht so teuer. Was da aber einfach doof ist, ihr müsst viel mehr anmischen, als ihr am Schluss braucht. Und aus dem Grund habe ich schon viele mit Sekundenkleber am Schluss gemacht. Da müsst ihr eigentlich nur darauf achten, dass ihr das Ding gut mit eindeckt. Euer Bohrer nicht so viel Spiel hat, eure Spindel nicht so viel Spiel habt. Da müsst ihr schauen, dass die Späne immer gut abbefördert werden können. Und benutzt bei diesem Zeug dann keinen Akkrivator. Lasst ihn einfach über eine längere Zeit schön austrocknen. Dann füllt ihr auch so gewissermaßen die Lücken, falls ihr ein bisschen Spiel habt, zwischen Hülse und Holz. Wie klebe ich die Teile? Ich hole mir als erstes einen Klotz und dann hier so eine Hülse. Und die wische ich einmal kurz ab, dass vielleicht so der Staub runter ist. Und ich teste immer mal so grundsätzlich, wie gut die Hülse da noch reingeht. Und die hier geht jetzt sehr, sehr gut rein. Das heißt, ich habe ja nicht so viel Spiel. Wenn ihr viel Spiel habt, dann müsst ihr schauen, dass der Kleber wirklich überall ist. Gut, jetzt hier eigentlich auch. Aber je weniger Spiel ihr habt, desto schneller ist eure Hülse fest und desto schneller müsst ihr auch quasi arbeiten. Ich lege die Hülse hier so rein und packe hier ziemlich gut Kleber drauf. Das hat den Vorteil, dass ihr das Ding auch immer noch drehen könnt. Und dann schiebe ich es ganz schnell ins Holz ein. Jetzt habt ihr quasi keinen Kleber auf euren Fingern und auf der ganzen Hülse war schön viel Kleber. Es gibt hier solchen Aktivator, den könnt ihr auf Sekundenkleber aufsprühen. Dann härtet ihr binnen von Bruchteilen, ihr seht es ja hier, härtet der aus. Würde ich euch ehrlich gesagt nicht so empfehlen, denn dieses poröse Zeug hier, dieses luftige Zeug, das habt ihr dann in eurer Hülse. Lasst es einfach so trocknen und gebt vielleicht ganz am Schluss so mal einen Sprüher drauf. Oder halt eben nichts. Dieser Sekundenkleber hier ist so dünnflüssig, dass ich den nicht so wirklich drehen brauche, denn ich habe hier so ein bisschen Spiel im Loch. Dann geht der so außenrum. Fülle. Also, the explainer knows how everything goes to explain very well. Ihr könnt jetzt ein bisschen Aktivator draufsprühen, denn ihr habt gerade hier diese Stellen, die noch nicht ausgehattet sind. Dort ist es jetzt okay, wenn man das Zeug quasi aktiviert, damit ihr später nicht wieder in Sekundenkleber reinkraft. Ihr müsst euch halt vorstellen, ihr spannt diese Rohlinge später auf eine Drechselbank ein und lasst das sehr schnell laufen, also schon über 2000 Umdrehungen pro Minute. Und deswegen lasse ich die Teile hier lieber ein bisschen länger liegen als zu kurz. Das bedeutet, ich lasse jetzt eine halbe Stunde oder so mal liegen, räume da zwischenzeit die Werkstatt ein bisschen auf oder mache sonst was. Und dann können wir es auch schon drechseln und ich zeige euch, wie das ganz einfach geht. Als nächstes wollen wir dieses Ding gleich mal auf die Drechselbank bringen. Dann müssen wir als erstes mal hier dieses Teil wieder ausspannen. Dann haben wir hier dieses Teil. Das ist eine MK2, Morsekegel 2 oder Morsekonus 2. Das gibt einfach die Größe hiervon an. Stifte-Mandre bzw. Spannzangen-Futter. Ich kann es ja mal aufnennen. Ihr habt ja bei dieser Stifte-Mandre eine Aufnahme. Das ist im Stab, da passen dann später eure Hülsen bzw. eure Distanz-Teile drauf. Und habt dann hier diese Spannzange und das Ganze zusammen ergibt dann sowas wie ein Spannzangen-Futter oder halt einfach eine MK2-Stifte-Mandre. Mantre ist der Name von diesem Teil hier. Aber im Grunde genommen ist das wie bei der Metall-Bearbeitung. Es ist ein Spannzangen-Futter. Das könnt ihr in der Länge verändern. Das heißt, ihr könnt einzeln die Hülsen drechseln, könnt aber auch beide drechseln. Und das können wir jetzt in die Maschine einbauen. Jetzt gibt es nun sowas wie Distanz-Hülsen bzw. Bushings. Das sind hier diese Teile. Und da gibt es fast zu jedem Bausatz eine eigene Varianz. Man braucht immer die passenden Bushings zu den passenden Stiften. Und weil ich mir überlegt habe, dass das hier halt ein guter Anfangsstift ist, ist das ein Stift, für den ihr keine extra Bushings braucht. Das bedeutet, die, die ihr mit hier diesem Teil mitbekommt, wenn ihr euch sowas holt, die reichen aus. Ihr braucht da nicht irgendwelche spezielleren, die hier mehrere Versätze drin haben oder echt ziemlich dick sind. Ihr könnt diese Stifte mit denen und hier drechseln, die schon bei der MK2-Stiftemantre dabei sind. So ein kleiner Trick, falls ihr dieses Werkzeug von mir holt, würde ich euch empfehlen, mit dem Messschieber mal hier diese Hülsen zu messen. Und vor allen Dingen, wenn ihr hier diese neuen dann mit alten zusammen benutzen möchtet, würde ich euch hier empfehlen, die zu messen. Denn teilweise, je nachdem, wie stark ihr die benutzt habt oder je nachdem, ob die sich in der Herstellung ein bisschen unterscheiden von den Maßen her, habt ihr hier kleine Abweichungen in den Durchmessern und dann kann euer Stift halt ein bisschen ungleichmäßig werden. Deswegen messt die immer und schaut, dass ihr einfach relativ gleiche benutzt. Hier kann man es auch ganz gut erkennen. Hier sieht man, dass der linke Bushing ein bisschen kleiner am Durchmesser ist als hier dieser andere. Das ist, glaube ich, einfach noch ein Distanzteil, Distanz-Bushing von einem anderen Set, als ich damals noch andere benutzt habe. Ich, Vogel, habe gerade was vergessen, weil ich doch ein bisschen länger gewartet habe, bis der Heber fährig war. Und zwar müssen wir als erstes hier diese Teile noch planfräsen. Wie geht das? Und zwar müssen wir jetzt als erstes die Stirnseite noch plan machen, denn falls wir die so drechseln sollten, haben wir halt keine plane Oberfläche. Wir haben ja da einen sägelrauen Schnitt, weswegen das nicht funktioniert. Okay, da haben wir hier ein Werkzeug. Da ist hier dieser Planfräserkopf und da gibt es verschiedene Durchmesser. Wenn ihr euch sowas holt, habt ihr direkt die meisten gängigen Durchmesser. In meinem Fall benutze ich ja hier diesen 7mm, also diese 7mm Führung. Und dann ist hier auch noch zum Beispiel die 8mm Führung für den Siena-Bausatz dabei. Und hier vorne, das hat den Sinn, dass ihr Kleber, der in der Hülse ist, auch direkt mitschneiden könnt, wegbekommen könnt. Und hier oben mit dem Teil könnt ihr halt eben die Stirnseite plan bekommen. 90 Grad zur Hülse. Das spanne ich mir hier ein. Ich würde euch übrigens nicht empfehlen, das in der Standbohrmaschine zu machen, weil euer Bauteil in der Regel ein bisschen schief ist und dann habt ihr da seitliche Kräfte. Das spannt ihr euch jetzt einfach in euren Effelschrauber ein. Haltet es hier drauf. Und das war's. Mega wichtiges Werkzeug. Es kann vorkommen, dass sich bei diesen dünneren Hülsen speziell so ein ganz feiner Grat hochstellt. Also der sieht manchmal aus, als wenn er größer wäre, als er ist. Aber da kann man mit so einem Senker von der Hand einmal durchgehen. Und das reicht dann auch schon vollkommen, wenn man das auch überhaupt braucht. Jetzt geht's auch zur Drechselbank. Wir haben jetzt hier eben ja unser Distanzstück. Daran messen wir den Durchmesser. Jetzt können wir hier unser Drechselteil aufschieben. Dann kommt hier eins in die Mitte. Jetzt spannen wir es hier als erstes fest. Jetzt haben wir hier so eine Mutter. Die können wir hier von Hand aufdrehen. Und das spannen. Als nächstes müssen wir noch den Reitstock hinzunehmen. Was hier wichtig ist, das hat mir mal jemand erzählt, ihr dürft hier nicht so massiv viel Druck drauf bringen. Das soll geführt werden und nicht gepresst werden. Denn wenn ihr da zu viel Druck drauf bringt, kann es halt passieren, dass das Ding rumgebogen wird. Das hat mir jemand erzählt, dem das nämlich passiert ist. Also hier, ihr solltet das führen, nicht pressen. Messerauflage einfach in den Drehmittelpunkt bringen. Das war's. Das Gute hier ist jetzt, dass wir keine großen Werkzeuge haben. Ihr könntet diesen Stab auch zum Beispiel in einem Bohrfutter einspannen, aber dann habt ihr hier wieder das dicke Bohrfutter. Und hier habt ihr halt eben keine großen Teile abstehen, die gefährlich für eure Hände sein könnten. Natürlich soll man immer noch nicht reingreifen, aber das hier mindert die Gefahr schon mal ein gutes Stück. Ich werde mir jetzt eine Formröhre holen, um das Ding rund umzumachen. Ich habe aber auch schon Wendeschneidplatten bei solchen Arbeiten benutzt, aber ich werde jetzt hier einfach eine Röhre benutzen. ruh. 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 Spannende Musik 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 die Meißel richtig geil auch geschärft bekomme und auch hier die Röhren die kann ich euch in dem Video leider noch nicht zeigen aber es ist halt viel simpler als diese ganzen Tormic Vorrichtungen und was es da sonst noch gibt das dauert noch ein bisschen bis ich euch das zeigen kann, aber auf jeden Fall könnt ihr das auch mit einer Röhre machen ich hab's auch schon mit einer Schalenröhre gemacht, geht auch ich hab's auch schon mit einem Schaber gemacht geht auch lasst euch nicht so abschrecken wenn manche Leute sagen jetzt braucht ihr einen frisch geschärften Meißel und nur mit dem könnt ihr das gute Oberflächen Ergebnis erzielen das sind nämlich meistens genau die Leute die sagen das geht nur auf diese Art und Weise und da hab ich immer so ein bisschen ein Problem mit, wie gesagt probiert's aus, ihr könnt's definitiv auch mit der Röhre machen, ihr habt ja auch am Anfang gesehen wie gut das mit der Röhre schon ausgesehen hat ich merk grad ein bisschen, dass dieser Staub mir ziemlich in der Nase kratzt deswegen werde ich die Absaugung beim nächsten Mal mitlaufen lassen und jetzt werden wir das eh noch schleifen und da hab ich mich auch noch mal gerade wegen diesem Thema jetzt fangen wir ab 380 an zu schleifen weil wir vorher so gut gedrechselt haben ihr könnt auch mit relativ grobem Schleifpapier die Form anschleifen also das geht definitiv auch ich denke das werde ich jetzt auch machen ich hab hier 80er Schleifpapier mit dem könnt ihr die Form hier noch schön nachschleifen ich nehme an Was ihr auch noch tun könnt, ist mit der Maserung zu schleifen, schadet definitiv nicht, was ich in der Regel tue, ich mache das bis 320 und schleife dann ab, dann schleife ich in der Maserrichtung, das probiert aber am besten selbst aus. Tönung 320, jetzt schleife ich das Ganze mit der Maserung, jetzt noch einmal mit 500 und mit 800. 500 fertig, 800, setzt du dieses Ding. Das soll auch schon reichen. Als nächstes kommen wir zum Finish, als Finish benutze ich Kanauberwachs, das ist ein sehr sehr hartes Wachs, das trage ich als erstes auf und schmelze es dann hier mit solchen Glutenstoff. Jetzt können wir das Teil ausspülen. Ich benutze jetzt auf diesem Fall eine Stiftepresse um das Teil zusammen zu bauen, ihr könnt jetzt aber auch einfach an eurer Drechselbank zusammen bauen. Einfach ein Stück Holz links und rechts einspannen und dann habt ihr rechts schon eine Presse. Jetzt holen wir erstmal unseren Bausatz. Da haben wir hier als erstes eine Mine, die Spitze, die Verschlusskappe, der Zwischenring, das ist der Halter für die Mine, der ist vorne drehbar und hier haben wir den Clip. Der Clip wird später mit dem Verschlussteil hier gehalten. Ihr könnt euch jetzt quasi aussuchen, welche Teile ihr als erstes zusammenbaut. Wir bauen als erstes mal hier oben den Clip ein. So, ich könnte jetzt hier diese ganzen Bauteile vertauschen oder oder oder. Da haben immer viele ziemlich rum geweint. Ich sehe es so, wenn ihr die Teile nicht zuorten könnt bzw. sagen könnt, okay, so ist das Ganze in einer Linie, so passen die Farben zueinander, dann ist es eh irrelevant, ob die Teile noch in der ehemaligen Richtung verlaufen, wenn man es sowieso nicht so schon erkennt. Hier sieht man jetzt, okay, hier ist Telesolz, hier geht das Ganze längs entlang, deswegen kann man jetzt sagen, okay, brauchen wir es einfach so zusammen. Das hier ist so ein bisschen die Frieme-Arbeit. Hier als erstes der Clip und den Verschluss. Loser einfädeln, festhalten und dann können wir es hier einpressen. Hier das erste Teil ist fertig, als nächstes holen wir uns das andere Stück und pressen hier die Spitze ein. Auch hier halten wir es wieder so grob fest, links hier so rein und verpressen es. Ah, jetzt hat er sich ein bisschen verdreht, da müsst ihr aufpassen, dass er die Hülse da nicht zum Brechen bringt. Dieses Teil ist jetzt auch fertig. So, ihr seht, wir haben jetzt schon den halben Stift und als nächstes muss die Drückermechanik, also die Drehmechanik, es ist ja kein Druckkugelschreiber, diese Drehmechanik muss eingebaut werden. Ihr könnt euch merken, dass hier bis zu diesem bronzenden Teil, das ist so der eigentliche Schlitz, bis dahin solltet ihr es einpressen und danach müsst ihr schauen, ob die Mine vorne genug rausschaut. Es kann halt sein, wenn ihr hier dieses Teil mehr planfräst, dass es dann kürzer wird und dann schaut die Mine vorne halt später mehr raus. Aber das kann man dann einfach nachschauen und einfach nachpressen. Das bedeutet, als nächstes pressen wir hier dieses Teil ein. Jetzt noch weitere Distanzstücke. So, ihr seht, das Teil ist jetzt drin und jetzt holen wir uns erstmal die Mine und schrauben die Mine ein. Wir drehen das Teil jetzt nach vorne raus und wir sehen, dass die Mine vorne fast gar nicht rauskommt. Das bedeutet, wir müssen einfach die Drehmechanik ein bisschen weiterrandrücken. Vorne auf der Mine ist auch übrigens immer so ein Schutzfilm. Den macht ihr am besten nochmal ab, wenn ihr das Teil zusammenbaut. Perfekt. Und als nächstes kommt hier dieser ominöse schwarze Ring in den Einsatz. Den schiebt ihr einfach hier drauf. Nun könnt ihr das obere Stück holen. Steckt es auch hier drauf. Das geht ein bisschen schwieriger, damit es auch nicht abfällt. Und dann ist euer Stück auch schon fertig. Ist er nicht schön geworden? Übrigens, ihr könnt auch hier oben dieses Teil im losen Zustand immer drehen. Wenn er dann ausgefahren ist, sieht man auch schön den überdurchgängigen Maserverlauf. Eine, eine wichtige Sache, denn ich will euch ein bisschen Kummer ersparen, wenn ihr die Teile selbst trägselt. Ich habe andere Stifte. Ich habe Sienna-Bausätze. Die sind im Allgemeinen ein wenig stärker. Ich persönlich bin nämlich eigentlich größerer Fan davon, wenn die Stifte geradlinig sind. Das habe ich hier bei diesen dünnen Minenwerken auch immer ausprobiert. Aber da kann es euch schnell passieren, weil eben das ganze Teil dünner ist, dass das Teil kaputt bricht. Aus dem Grund habe ich hier auch so eine geschwungene Form und keine gerade Form. Wenn ihr eine gerade Form wählt, ist da einfach mega viel, mega viel, ja, mega wenig Material drunter. Deswegen kann es passieren, dass der Stift beim Drechseln kaputt geht. Aus dem Grund habe ich mir überlegt, komm, vielleicht lasst du den Bausatz aus dem Shop draußen. Aber er ist einfach günstiger, er ist gut zum Üben, ihr braucht keine extra Bushings und deswegen habe ich mich doch für ihn entschieden. Und ihr seht, es hat ja gut funktioniert. Und man kann ihn auch am Schluss schön benutzen. Ich habe jetzt alle drei Stifte fertig gedrechselt und speziell dieses Kokobolo Holz sieht richtig geil aus. Dann habe ich hier aber noch Schwarzholz. Das sieht auch so mega aus. Da habt ihr hier übrigens bronzefarbene Bausätze. Und jetzt so eine Kleinigkeit, die nicht unbedingt notwendig ist. Aber so kann man noch ein bisschen mehr Glanz und ein bisschen mehr Politur rausholen, indem man das jetzt einfach hier in so einer Polierscheibe poliert. Das ist vor allen Dingen relativ gut, wenn ihr die Teile macht zum Verkaufen. Und wenn ihr die vor Ort drechselt und ihr poliert die da noch einmal, ich denke, das gibt dem Ganzen nochmal so ein bisschen mehr Exklusivität. Wenn dann der Käufer dort steht und sieht, ah, der poliert das Teil jetzt noch. Das macht einfach noch so ein bisschen mehr aus, weil ihr einfach noch eine Schippe drauflegt. Heute in dem Video habe ich dir also mal eigentlich alle Schritte gezeigt, die es benötigt, um so einen schönen Kugelschreiber zu drechseln. Es ist eigentlich gar nicht so schwer. Ich habe mir das früher ein bisschen schwieriger vorgestellt, denn es gibt schon ein paar Verwirrungspunkte, gerade mit den Bushings, wie ich finde. Aber wie gesagt, bei denen hier braucht ihr keine extra Bushings. Wenn ihr da aber noch mal Fragen habt, dann schreibt die einfach mal in die Kommentare. Ich schaue, dass ich da vielleicht mal so ein Frage-Antwort-Ding mache, weil ich früher da echt viele Probleme hatte und ich deswegen auch so ein bisschen Abhilfe schaffen will. Wenn euch die Bausätze interessiert, wenn euch die Bausätze interessieren, findet ihr die in der Videobeschreibung. Die findet ihr auf meiner Webseite. Das bedeutet, ich mache keine Werbung für andere, sondern für mich in dem Fall. Und ich schicke die euch dann auch dann zu. Es gibt noch eine vierte Farbe. Also es gibt nicht nur die drei Farben bei diesem Bausatz. Es gibt noch eine andere Variante. Um die zu sehen, müsst ihr aber auf meinen Shop gehen. Die habe ich jetzt hier nicht mehr gedrechselt. Das ist schon ein bisschen länger her, wo ich Dinge hergestellt habe. Ansonsten soll es das für heute gewesen sein. Schön, dass du bis jetzt am Video dran geblieben bist. Wenn es noch irgendwelche Fragen zum Thema Stifterdrechseln gibt, einfach in die Kommentare mal reinschreiben. Vielleicht gehe ich dann in der nächsten Folge Neuigkeiten drauf ein. Das war eine schwierige Geburt. Ich wünsche dir noch einen ganz tollen Tag und sag mal viel Spaß beim Schreiben. Was jetzt viel mehr Spaß macht. Ciao. Bis zum nächsten Mal.